Schauen Sie doch mal nach links und dann nach rechts. Rein statistisch gesehen, werden Sie die beiden Kommilitonen beim Diplom nicht wiedersehen. Abfahrt. Diese zwei, Momo und Dirk, kommen von hier. Und von da wollen sie ganz weit weg. Aller da, da! Super, fünf Kilometer. Ich glaube, ich job noch mal nach Hause und gehe in Ruhe kacken. Hier werden Sie studieren. Ich will mal schnell ins Ball. Und neue Freunde finden. Mein lieber Scholli. Kerstin. Bernd. Super. Und Aswin. Die beiden sprühen vor Ehrgeiz. Wir studieren hier Wirtschaftsmata und nicht Sozialpädagogik. Aber ich werde jetzt nicht gerade aus der Lerngruppe geworfen, oder? Wir müssen jetzt echt mal einen anderen Gang reinlegen. Setzen auf eiserne Disziplinen. Anziehen, anziehen! Anziehen, anziehen! Anziehen, anziehen! Haben Erfolg? Das tut mir leid, aber so kann ich Sie nicht bestehen lassen. Das ist alles zu verhuscht. Jetzt. Und entwickeln geniale Geschäftsideen. Bist du jetzt ein Vertreter? Ich gebe mir jetzt sofort die 40 Euro, die ich in meinem Sohn abgeknöpft habe, oder ich rufe die Polizei. Sauber, gell? Ey, wir haben die exklusiv Rechte für Südverstand vertarnt. Sie sind echte Siegertypen. Bist, ne? Linker links, linker rechts. Ey, ich kann keiner so ein gutes Brustgedächtnis hat wie ich. Und absolute Frauenhelden obendrein. Hast du keine Hucke gehört? Vielleicht solltest du mal versuchen, das alleine auf die Reihe zu kriegen. So schaffen sie ihr Studium locker in 10... Bist du schon fertig? Early Bird catches the worm. Also, in 13 Semestern. Der frühe Vogel kann nicht mal. Die Early Bird. Der frühe Vogel kann nicht mal.